Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema der Vivaldi-Browser. Die Entwickler des Vivaldi-Browsers berichten, dass man in der letzten Woche an der ersten Iteration der Bookmark-Leiste gearbeitet hat. Komponenten sind immer noch in der Mache, aber man könne sie bereits begutachten. Es funktioniert laut eigenen Angaben etwas anders als bei Chrome. Anwender können selbst entscheiden, in welchen Ordner man als Bookmark-Leiste festlegt. Nach Wunsch kann man das Konstrukt auch am unteren Ende platzieren. Dann haben viele Menschen nach einer Version für 32-Bit-Linux gefragt. Dem Wunsch kamen die Entwickler nach und ab sofort gibt es Vivaldi-Browser auch für diese Plattform. Vivaldi-Browser unterstützt ab sofort zwölf neue Sprachen. Mithilfe einer Tastenkombination lässt sich laut eigenen Angaben der zuletzt geschlossene Reiter erneut öffnen und zwar mit STRG-Z. Das probieren wir gleich mal aus. Tab schließen und STRG-Z drücken. Und das funktioniert auch. Was ist Vivaldi-Browser? Vivaldi ist eigentlich Opera, aber auch wieder nicht. Opera gibt es immer noch, aber viele der ehemaligen Mitarbeiter tüfteln nun am Vivaldi-Browser. Im Jahre 2015 hatte man das Gefühl, dass der im Jahre 1994 entwickelte Browser Opera seine Richtung komplett geändert hat. Man sei von der Community der Anwender und Mithelfer weggedriftet, die den Browser auf die Beine gestalt haben. Somit hat man sich entschlossen, einen neuen Browser zu entwickeln und es war Vivaldi geboren. Der Browser soll schnell sein, viel Funktionalität bieten und sehr flexibel sein. Notizen zum Beispiel hier oder Bookmarks. Verlauf und Sitzung sollen sich über verschiedene Geräte synchronisieren lassen. Außerdem arbeitet man an einer E-Mail-Funktion. Hier. Also wohl einem E-Mail-Client. Mehr gibt es dazu im Moment noch nicht. Auch an Erweiterungen werkelt man, sollte der Funktionsumfang nicht ausreichen. Man bittet die Community außerdem um Vorschläge, sollte eine wichtige Funktion fehlen. Dass man auf die Wünsche der Menschen reagiert, zeigt wohl die 32-Bit-Version für Linux sehr gut. Vivaldi-Browser verwendet Chrome als Basis. Die Software befindet sich noch in der Entwicklung und deswegen sollte man mit Ecken und Kanten rechnen. Das war Josep Pau von RUM Screencast. Ciao und viel Glück!